Der DAX präsentiert sich stark. Heute schon gegappt mit einem Sprung nach oben. Das Ganze heute noch mal garniert durch weitere Anstiege. Ein bisschen heftig die Bewegung, aber an sich nicht wirklich überraschend. Wir haben darüber gesprochen, dass eigentlich, naja, eins von diesen beiden Szenarien jetzt das typischste wäre, nämlich dass wir zumindest mal hier in diesem Bereich reingehen. Vielleicht hätte ich ihn ein bisschen früher noch zeichnen müssen, aber zumindest mal. Also dieser Bereich, das ist das, was ansteht. Je steiler das natürlich ist, desto eher ist es gar nicht so unrealistisch, dass es nachher noch weitergeht. Also wenn wir jetzt hier irgendwie was, ich mache das mal exemplarisch. Ach komm, ich mache das noch mal neu hier. Ganz kurz. Also höchster Punkt, tiefster Punkt. Hier war ein möglicher Einstiegspunkt, hier ein möglicher initialer Stop an der Geschichte. Und die Bewegung sollte eben in diese Zone hier zumindest reingehen. Und je länger, nein, entschuldigt, den brauchen wir natürlich nicht. Je steiler das Ganze jetzt hier nach oben geht, desto größer ist die Chance, dass nach einer Pause das Ganze sogar noch weitergeht. Ja, das sieht nach Weihnachtsrallye aus, nach Jahresendrallye aus. Ja, tatsächlich. Nicht ganz abwegig das Ganze. Allerdings die Entscheidung dafür, die wird wahrscheinlich irgendwo hier gefällt werden, in diesem Bereich. Der ist einigermaßen groß. 15.350, ganz grob gesehen, bis 15.850 von mir aus. Irgendwo in dieser Zone. Da entscheiden die Marktteilnehmer, worauf sie Lust haben. Nämlich ob sie korrektiv runtergehen, wie von mir jetzt hier mal vorgeschlagen und anschließend dann weiter die Aufwärtsrichtung fahren. Oder, nee, nee, alles Quatsch. Wir machen einen scharfen Umkehrer hier irgendwo in der Zone. Also, das kann doch alles passieren. Aktuell allerdings nach wie vor das Erreichen dieses Bereichs jetzt vorläufig erstmal das nächste Ziel vorsichtig. Das nächste Ziel bedeutet natürlich nicht, dass es jetzt in einem Schwung hochgehen muss. Es ist natürlich auch denkbar, dass wir vorher noch mal ein bisschen runtergehen. So ähnlich, wie wir das hier hatten. Schub hoch, runter, das, noch mal ein bisschen Pause. So was ist immer möglich. Damit müsst ihr rechnen. Trotz alledem, das ist erstmal in der Bewegungsrichtung nach oben. Wem das zu viel Heckmeck ist, wer jetzt sagt, Mensch, aber vor kurzem haben wir noch für abwärts gesprochen. Vorsichtig, die Abwärtsgeschichte ist noch nicht gänzlich vom Tisch. Es ist noch möglich, wenn auch nicht zwingend, aber noch möglich, dass der Kurs irgendwo dann hier in dieser Zone dann sagt, dann machen wir da noch mal den nächsten Schwung nach unten. Das allerdings, wie eben angedeutet, wird in der von mir genannten Zone hier dann erledigt und nicht vorher großartig. Da findet wahrscheinlich die Entscheidung statt, ob das Bild passiert oder ob die Marktteilnehmer sagen, Rüdiger, nice try mit deinem Bärisch immer. Wir gehen noch mal weiter nach oben. Also, ganz gute Voraussetzung, dass es hier spannend bleibt. Ganz gute Voraussetzung, dass es weiter nach oben geht. Zumindest in die genannte Zone. Wir sehen hier Intraday. Da gibt es wenig daran auszusetzen. Es gibt keine Gründe hier im Moment für die Short-Seite. Also hier auf Short zu wechseln, wäre aus meiner Sicht aktuell nicht so sinnvoll. Denn wir haben keine Indizien dafür. Das kann sich jederzeit ändern, wenn der Kurs jetzt mit einem steilen Schub nach unten losgeht und wackelig nach oben. Ja gut, dann wisst ihr, bin ich vorläufig. Zumindest mal für ein kleines Intermezzo eher auf der Abwärtsseite unterwegs. Aber das hatte ich ja eben schon angedeutet, selbst wenn wir dann hier nach so einer Geschichte jetzt irgendwie sowas hier hätten, ja damit werden wir wohl rechnen müssen, dass es da zwischendurch auch mal kleinere Rücksetzer gibt. Idealerweise werden dabei diese Hochs nicht mehr durchschritten. Vorläufig zumindest mal erstmal nicht. Damit liegen wir beim Index ungefähr bei 14.935, ganz grob jetzt gerechnet. Also besser, wenn Rücksetzer, dann nicht mehr da drunter. Das wäre eigentlich eine ganz gute Geschichte, wenn wir das nicht mehr sehen. Aber ausschließen können wir nicht, dass es passiert. Aber es wäre schön, wenn der Markt diese Überschneidung nicht liefert. Das würde uns ein umso stärkeres, klares, bullisches Bild liefern. Wechseln wir mal auf die Amerikaner. Da hatten wir ja auch schon gesagt, Blue Chips sind Trumpf. Das war so die Meinung gestern. Und tatsächlich, der Dow Jones hat gesagt, ja, das ist eine nette Idee mit nochmal wackelig runter, aber müssen wir das unbedingt? Ne, also diese Idee hat er nicht verwirklicht. Das muss er ja auch nicht. Wir hatten ja schon drüber gesprochen. Es ist denkbar, dass wir hier eben dann A, B, C und dann hier im Kleinen und die kleineren Korrekturen irgendwie sowas und jetzt weiter nach oben gehen. Wir haben die 38er Marke erreicht beim Dow Jones. Ihr seht das hier vom höchsten Punkt zum tiefsten Punkt gemessen. Das ist jetzt kein Beweis, aber ganz häufig so ein bisschen ein Indiz dafür, wenn wir so eine Bewegung haben, dass der Markt dann so ein bisschen in die Pause verfällt. Wir können auch nochmal so ein bisschen Symmetrien im Hinterkopf haben. Was haben wir da für Symmetrien? Zum Beispiel die Bewegung von hier unten und da nach hier oben. Und mal gucken, wie viel war das im Verhältnis zur aktuellen? Gleich lang. Auch die 38er Marke. Naja, vorsichtig. Das ist jetzt kein Beweis, dass der Kurs da dreht. Aber wir gucken auch nochmal den hier an. Bin mir gar nicht sicher. Hab's gar nicht im Hinterkopf. Ebenfalls, guckt mal hier, alle gleich groß. Das heißt, der Anstieg gleich groß, wie der Anstieg gleich groß, wie der Anstieg gleich groß. Das ist kein Beweis, aber das ist ein ernster Hinweis. Hier sollten wir jetzt Intraday gucken und machen die Marktteilnehmer. Hier ist jetzt wieder ein Entscheidungspunkt. Laufen die Marktteilnehmer einfach weiter und sagen, hier grüne Linien? Kannst du doch knicken. Wir marschieren hier durch. Jetzt wird nochmal tapfer gekauft. Oder ob die Marktteilnehmer sagen, jetzt kommen wir auf Widerstandsniveau. Lieber wieder rausgehen. Ich hab Schiss. Also, das ist die Frage, die jetzt zu beantworten ist. Und das gucken wir uns an im 15-Minuten-Chart oder vielleicht sogar 5-Minuten-Chart hier. Wenn wir das im 5-Minuten-Chart angucken, gibt es schon erste Anzeichen für? Naja, eigentlich nicht. Es gibt noch keine im Intraday-Chart, im 5-Minuten-Chart, noch keine Anzeichen, dass hier jetzt Schwäche entsteht. Vorsichtig, wir sind aber noch voll drin in dem Bereich. Also, jetzt long zu gehen, finde ich nicht sehr smart. Denn wir sind an einer Unterstützung, wo die Entscheidung noch nicht durch ist, ob der Kurs durch will oder nicht. Achtet deshalb drauf, ob er jetzt heute Nachmittag dann eine starke Gegenbewegung macht. Verdächtig, wackelig hoch und ich bin nochmal, zumindest mal interimsmäßig, für die Short-Seite zu begeistern. Also, das wäre denkbar. Wenn der Kurs wackelig runter geht, dann suche ich was? Ja klar, die long-Seite nochmal. Dann ist das die schwache Seite. Dann ist für mich long zu bevorzugen. Keine Frage. Und was ist, wenn der Markt jetzt durchmarschiert? Na ja gut, dann habe ich den Einstieg vielleicht verpasst, weil ich hier jetzt nicht mehr reingehe. Also, wer noch long ist, alles super. Aber, weil ich dann hier nicht mehr rein will in dem Gebiet hier oben, dann warte ich halt, dass wir später einen größeren oder kleineren Rücksetzer haben. Also, rechnet damit, dass das passiert. Aber seid euch nicht sicher. Also, das ist jetzt nicht, dass der Markt hier abprallen muss. Das ist nur eine gezeichnete Linie. Ja, also von wegen, ja, da muss der Kurs abprallen. Scheiße, muss der, da muss der überhaupt nicht abprallen. Entschuldigung, wegen der Wortwahl. Aber das kann man sich besser merken. Wenn man hier immer ganz harmlos redet, dann vergisst man das wieder. So wisst ihr, was hat er da gesagt? Das glaube ich ja gar nicht. Also, tatsächlich, er muss natürlich nicht hier drehen. Aber die Marktteilnehmer haben hier eine Marke, wo sie sagen, uh, jetzt wird es spannend. Jetzt gucke ich mal genau hin, ob die Marktteilnehmer Schwäche zeigen oder ob die Marktteilnehmer sagen, ihr könnt uns, wir gehen jetzt hier erst recht nochmal auf die longen Seite. Nur, da lasse ich die anderen erstmal was machen. Da muss ich ja nicht unbedingt vorpreschen. Ich würde mich nicht wundern. Im Gegenteil, das wäre eigentlich sogar ein klassisches und sehr schönes Bild. Wenn der Markt jetzt mal eine Pause machen würde, wenn er nach diesem tollen Anstieg jetzt hier irgendwie eine Korrektur hier macht, so ein bisschen wieder in die Mitte zurück, um dann das, was wir hier vorne hatten, da hinten nochmal zu spielen. Und ihr seht, das würde uns auch in diese Zone reinlaufen lassen. Das ist übrigens ganz klassisch. Klassisch heißt nicht, dass es immer passiert. Aber, dass der Markt mit der ersten Bewegung bis zur 38er läuft, da macht er eine Korrektur und dann läuft der zweite Teil so ungefähr bis zur 61er. Das ist eigentlich ein sehr schönes Bild. Das wäre mir gar nicht zuwider, denn dann hätten wir hier eine Korrektur und hätten hier die Chance, da auch nochmal einen Long Entry zu machen. Das wäre aber eine Perspektive für die nähere Zukunft. Im Tageschart dieser Woche wahrscheinlich nichts mehr, denn dafür müsste der Kurs ja erst nochmal ein bisschen korrektiv nach unten gehen. Halten wir aber ein Auge drauf und werden uns dann das gegebenenfalls nochmal angucken. Also, Dow Jones hat seine Leistung erbracht, Mindestziel erreicht von der Höhe, aber es ist noch nicht korrektiv. Irgendwann kommt mal eine Korrektur, die dann entsprechend nochmal Nutzen für den Einstieg. Egal eigentlich in welche Richtung, immer gucken, was war die stärkere Bewegung. Beim S&P war die stärkere Bewegung ganz klar aufwärts gerichtet. Naja, also die haben sich hier angeschlossen, haben gesagt, wenn die Blutschips das können, dann haben wir als marktbreiter Index natürlich das gleiche im Schilde. Ich fand zwar den Anfang nicht so doll, viele erinnern sich, dass ich darüber so ein bisschen gemault habe. S&P ging noch einigermaßen, den Nasdaq gucken wir uns gleich mal an, aber die anderen sahen schöner aus. Aber ist ja letztlich wurscht, ob ihr den einen oder den anderen gemacht habt. Es gibt ja immer wieder verschiedene Möglichkeiten einzusteigen, seien es jetzt solche Handelssignale. Das hatte ich ja gestern noch zumindest mal an die Born for Trading Leute geschickt. Der ist jetzt natürlich schon im Ziel angekommen. Oder ob ihr das versucht mit einem Elliott-Ansatz zu machen oder ob ihr noch einen anderen Ansatz habt, der euch hier an diesen Unterstützungsmarken dann in den Einstieg dann eben entsprechend bringt. Das ist eigentlich egal. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das sowas zu handeln. Aber aktuell ist es erstmal die Aufwärtsrichtung. Jetzt machen wir mal da den Test ebenfalls mit Fibonacci. Gucken wir mal an, Retracement, höchste Marke, tiefste Marke, ebenfalls 38er. Wir machen mal den Symmetrie-Test. Mal gucken, ob das hier auch so schön exakt ist, wie das beim Dow war. Oh ja, guckt mal, Millimeter genau. Dieser Anstieg und dieser Anstieg. Millimeter genau gleich und Millimeter genau mit der 38er Marke. Dieser Anstieg, den habe ich nicht richtig getroffen. Eieieiei, so, also tiefster Punkt, höchster Punkt. Hier nochmal tiefster Punkt. Also der passt nicht ganz genau. Ihr seht, dass das ein bisschen höher ist. Aber hey, darf er ja auch. Dann ist es vielleicht hier in dieser Zone die Entscheidung. Aber ihr seht, auch der S und P stehen jetzt vor der Entscheidung. Was machen wir denn jetzt? Wollen wir direkt weiterlaufen? Oder machen wir erstmal tatsächlich Pause? Oder drehen wir um? Dann sind wir für jeden Gewinn dankbar, den wir bekommen haben. So ähnlich wie hier, dass wir dankbar sind und sagen, bloß raus aus dem Markt. Ja, rechnet damit. Seid bitte vorsichtig. Bitte jetzt nicht so wild sein und sagen, nee, nee, der muss ja jetzt nach oben. Nee, 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 nee. Hier hatten wir auch so was und dann haben die Marktteilnehmer gesagt, schnell wieder raus. Wer weiß, was für Nachrichten uns da ereilen. Aber ihr könnt erkennen daran, ob die Marktteilnehmer so runtergehen. Dann sagt ihr, ja, das nimmt keiner richtig ernst. Das ist einfach ein bisschen Konsolidierung. Oder ob sie so runtergehen. Das ist die einzige Fähigkeit, die wir als Händler haben müssen. Viele sagen immer, das sieht man erst im Nachhinein. Ja, reicht mir aber im Nachhinein. Denn erst wenn ich das hier sehe, dann kann ich da oben meinen Einstieg entsprechen. Für die Longseite dann nochmal platzieren für die Geschichte. Aber rechnet jetzt damit, dass die Bewegung nach oben ausläuft. Im 5-Minuten-Chart oder 15-Minuten-Chart sehen wir noch nichts, was darauf hin zielt. Auch im 4-Stunden-Chart noch keine Idee zu sehen, die da in die Richtung zielt. Aber wir müssen jetzt damit rechnen, die Zone hier beim Future 4.317 bis 4.338. Ihr könnt einfach hier die 38er Fibu-Marke messen von oben nach unten. Wenn ihr jetzt mit irgendeinem CFD unterwegs seid und abweichende Preise haben, könnt ihr das messen. Und dann habt ihr da ungefähr auch diesen Bereich. Das ist eine ganz gute Orientierungshilfe. So, dann abschließend nochmal Nasdaq. Nasdaq ebenfalls. Die sind jetzt genauso unterwegs. Insofern war das ein bisschen vermessen zu sagen. Nur die Blutschips ziehen den Markt nach oben. Naja, aber die hatten das schönste Bild. Hier beim Nasdaq war ich nicht so glücklich. Ich habe zwar gestern angedeutet, das kann trotzdem nach oben gehen. Zumal er hier das schon so ein bisschen angedeutet hat. Das ist noch die Zeichnung, glaube ich, von gestern sogar. Aber das ist für mich die schlechteste Situation. Und deshalb war meine Idee eigentlich, das Ganze lieber umzusetzen beim DAO, beim DAX von mir aus, wie auch immer. Aber bei den eher Blutschip-lastigeren und nicht unbedingt bei den Tech-Titeln. Denn wie gesagt, dieser Anstieg, der sah noch gruselig aus zum damaligen Zeitpunkt. Na gut, also ihr seht, das Prinzip ist hier das gleiche. Auch hier gibt es noch keine Anzeichen dafür, dass die Marktteilnehmer wirklich schwächeln. Man hat fast noch den Eindruck, guck mal, das geht doch auch schon wieder wackelig runter. Gehen wir hier auch nochmal auf einen 5-Minuten-Chart. Immer noch recht starke Anstiege, dreiwellig runter. Dreiwellig ist korrektiv. Recht starker Anstieg, wackelig runter oder auch dreiwellig. Also man würde eher wohl davon ausgehen, es sieht noch nicht danach aus, als ob der Kurs massiv drehen würde. Also wer jetzt wirklich auf dieser Ebene, auf der ganz kleinen Ebene noch long gehen will, hier irgendwie Einstiege da, aber dann enger Stopp. Denn wie gesagt, wir müssen damit rechnen, dass der Markt jetzt erstmal eine Konsolidierungspause macht. Deshalb Pause wäre eigentlich klasse. Jetzt hat er doch eine schöne Leistung gemacht. Jetzt müssten wir sie ihm auch gönnen, wenn die Marktteilnehmer sagen, Pause, Pappela, da gehen wir einfach durch. Alles gut, wäre das ein noch stärkeres Zeichen und würde noch mehr dafür sprechen, dass wir vielleicht jetzt schon den Start einer Jahresendrallye sehen. Na gut, wir wollen es noch nicht vorwegnehmen. Es ist ja noch einigermaßen früh im Monat November, also da ist noch ein bisschen Zeit da. Aber die jetzige Saison ist eigentlich geprägt von durchaus Kaufwillen. Die ersten Anzeichen dafür sehen wir hier im Chart. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr das richtige Händchen habt, das Ganze umzusetzen. Euch alles Gute, ganz liebe Grüße. Ich drücke euch die Daumen, das Ganze umzusetzen.